willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist dennis a.k.a fraganzlog ihr wisst bescheid aus hamburg ja schön dass sie wieder dabei seit heute stelle ich euch eine neue brand vor was heißt eine neue neu ist sie nicht aber für mich ist sie neu und für einige da draußen definitiv auch ihr habt schon den titel gelesen wird es die oder wert dass da werden dass die neuen hype dürfte ich glaube wenn man diese dürfte kennenlernen dann definitiv weil der performier macht diese dürfte und kreiert sie komplett selber noch nach seinen wünschen fühlt sie ab und so weiter und sofort und macht alle inhaltsstoffe alles selber und das ist sehr interessant und ja genauso wie die flakons und wir reden hier von lorenzo villoresi so ich habe drei dürfte hier am start für euch die ich euch heute mal jetzt kurz vorstellen möchte weil sie sollten wirklich ein bisschen mehr beachtung finden weil wir sind schon schöne dürfte wir fangen wir mit den ersten an teint den nation den nation wie auch immer das ist immer so gekennst das ja und ob richtig ausgesprochen oder nicht aber auf jeden fall schöner flakon und das ist ein duft der sehr weiblich ist ja das stimmt kann eine frau definitiv sehr gut tragen aber herbert stricker sagte mal ein video wenn ein ich glaube das war mit mark gebauer zusammen wenn ein mann diesen duft tragen möchte oder trägt dann fällt er nicht auf aber riecht genial und er ist auf der haut einfach anders das stimmt der ist schon sexy cremig es ist sehr blumig young young drin er schon sehr sexy ja blumig eben es ist ein putrig blumiger duft ja und es ändert sich auch nicht viel das ist grundsätzlich so ein duft ich habe jetzt kein vergleich mit dem man den vergleichen wird die inhaltsstoffe einblenden wie gesagt sehr interessant also wenn die männer die da draußen wirklich pudrige blumige düfte die noch er ist auch süßlich ein bisschen hintergrund wer das mag er ist bei diesem duft sehr gut aufgehoben vor allen dingen er fällt nicht auf es ist entspannt im büro sehr gut zu tragen und frauen mögen diesen duft sehr gerne das habe ich schon bemerkt ich habe sehr viele komplimente für diesen duft bekommen also die ich jedenfalls immer um mir herum habe haben gesagt es ein sehr sehr schöner duft also sollte die euch mehr so der nächste ist der alamut ja klingt interessant ist auch interessant und schaut auch interessant aus das ist eine art wüsten duft auch der ist blumig allerdings anders blumig als hier hier kommt die rose zum vorstand und er ist ja um einen rum so ziemlich schön warm und ja ein bisschen oldschool touch in background ihr müsst euch ungefähr ja eine wüste denn die tiere und an pferde die da so also in so einem camp wüsten camp wieso müsst ihr euch diesen duft vorstellen er ist schon sehr warm bis ein oldschool die rohli so ein bisschen hin und weg und ich weiß gar nicht mit rohli wie gesagt jetzt einblenden und sehr sexy und ist orientalisch angehaucht leicht süßlich rose und blumig eben so aber wie gesagt anders als der weil der ist sehr cremig und sehr putrig das ist der hier nicht so und kann an oder kann von beiden natürlich auch hier wieder sehr gut getragen werden und würde sogar funktionieren wenn es warm ist vielleicht nicht wenn es heiß ist obwohl wie gesagt ob die scheiß reichen dubai bei 50 grad auch die schwersten dürfte die es gibt und der alamut ist auf jeden fall so ein duft so könnt euch den duft vorstellen so und der letzte ist der atmansaman ja atmansaman das ist ein würziger tabak duft also sehr viel gewürze drin dann tabak und so weiter und so fort und sehr interessant für ein richtiger männer duft wirklich das ist ein richtiger männer duft ich habe so ein duft so wie der hier riecht auch noch nicht wirklich in meiner sammlung ich habe sehr viele dürfte aber so ein duft habe ich nicht so ein bisschen teelastig ich wollte kann ein bisschen kuhstahl so ein bisschen im background ganz wenig dann die würzigkeit und einfach tabak das ist wahrscheinlich auch nicht der uta also dieses dieser kuhstahl nein das ist so dieser kalte nasse tabak so müsst euch das vorstellen und dann so sehr viel gewürze sehr interessant sehr interessant als nicht nur der nahe sondern auch der duft also für richtige männer zum ausgehen sehr eleganter duft finde ich kann man aber nicht so jeder gelegenheit tragen soll man muss auch nicht immer nur positives dazu sagen das ist jetzt auch nichts negatives aber den kann man nicht überall tragen den kann man schon überall tragen aber passt auf als man wie gesagt den kann man sehr gut als man dran der ist auch wirklich schick an ein mann zu tragen aber und wie gesagt frauen der kommt gut an aber auch nicht vielleicht immer und auch nicht bei jeder vergesst das bitte nicht und das müsst ihr sehen das ist nicht ein typischer rosen duft so wie ihr ihn kennt also dieses utrose nein aber es ist einfach ja das ist einfach interessant ist einfach ein bisschen anders als das was ich so kenne also gut wenn ihr den richt kann das sein dass ich schon mal sowas ähnliches gehauen aber ich finde die habe ich und ich habe wie gesagt sehr 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 viele dürfte habe ich nicht wirklich ähnlichkeiten in meiner kompletten sammlung und das finde ich sehr interessant damit will ich den aber nicht schmälern das ist wirklich sehr guter dürfte habe ich ja schon erwähnt eingangs also leute testet auf jeden fall mal die lorenzo velorisi dürfte ganz wichtig wäre ich vielleicht wäre das der neue high gesagt das passt sehr gut und jahresheit finde ich passen beide oder passen alle drei sorry das komplette jahr über aber wie gesagt nicht überall immer tragbar dann ist der vielleicht noch am besten tragbar komplett und die anderen muss man dann wirklich mal im sommer wenn es wirklich heiß ist muss man sehen da wird das vielleicht auch schwierig aber es ist jetzt nicht mit tabak und vanil und co zu vergleichen das vergesst man also das ist es definitiv nicht also der hat man sagen wenn ihr einen richtig schön geilen richtig starken würzigen tabak duft haben wollt hier best wenn ihr einen richtigen warmen rosenduft haben wollte ja die rosa aber nur im background hat und dann schön ein bisschen frisch ist und so der rohling sehr geil wenn ihr ein pudrigen richtig cremigen nennt anführungsstrichen sexy duft haben wollt die die frauen mögen dann holt euch auf jeden fall teilen denn ich bin richtig ausgefunden also leute schaut mal die dürfte an und dann sehen wir uns bald wieder im Raskoort